Anton Tschechow Die Sünde Der Kollegienassessor Migujev blieb während seines Abendspazierganges an einer Telegrafenstange stehen und seufzte tief auf. Genau an dieser Stelle hatte ihn vor einer Woche, als er von einem Spaziergang heimkehrte, sein früheres Zimmermädchen Anja eingeholt und ihm wütend zugerufen, Wart du nur, ich werde dir schon zeigen, was es heißt, unschuldige Mädchen zu verführen. Das Kind werfe ich dir vor die Tür. Zum Gericht gehe ich. Deiner Frau erzähle ich's. Und sie verlangte, dass er in der Bank auf ihren Namen 5000 Rubel hinterlegte. Migujev dachte daran, seufzte und machte sich mit aufrichtiger Reue von Neuem den Vorwurf, sich durch die Schwäche eines Augenblicks so viel Sorgen und Leiden aufgebürdet zu haben. Bei seiner Sommerwohnung angekommen, setzte sich Migujev auf die Veranda und ruhte aus. Es war Punkt 10 Uhr und hinter den Wolken schaute ein Stückchen der Mondscheibe hervor. Auf der Straße und um die Landhäuser herum sah man niemand. Die alten Sommerfrischler legten sich schon zu Bett und die Jungen gingen im Walde spazieren. Migujev suchte in den Taschen nach Zündhölzchen, um sich eine Zigarette anzuzünden, und stieß dabei mit dem Ellbogen auf etwas Weiches. Gleichgültig schaute er hin und plötzlich durchfuhr ihn ein solcher Schreck, als hätte er neben sich eine Schlange erblickt. Auf der Veranda, hart an der Tür, lag ein Bündel. Irgendwas Längliches war in etwas eingewickelt, das wie eine gesteppte Decke aussah. Das eine Ende des Bündels war offen, und wie der Kollegienassessor seine Hand da hineinsteckte, fühlte er etwas Warmes, Feuchtes. Entsetzt sprang er auf und schaute um sich, wie ein Sträfling, der seinen Wächtern entspringen will. »Also hat sie es doch getan,« murmelte er durch die Zähne und ballte wütend die Fäuste. »Oh, da liegt es, da liegt die Sünde, o Herrgott!« Vor Furcht, Wut und Scham war er wie erstarrt. Was sollte er nun tun? Was wird seine Frau dazu sagen, wenn sie es erfährt? Was seine Kollegen! Seine Exzellenz wird ihn gewiss auf den Bauch klopfen, ausplatzen und sagen, »Gratuliere!« »Haha!« »Naja, Alter schützt!« »Ein Teufelskerl, unser Semyon Erastowitsch!« Die ganze Sommerfreschler-Kolonie wird sein Geheimnis erfahren. Und die ehrwürdigen Matronen werden ihm vielleicht sogar ihr Haus verweisen. Ausgesetzte Kinder werden in allen Zeitungen registriert. Und so wird der bescheidene Name Migujevs die Runde durch alle Gaue Russlands machen. Das Mittelfenster der Landwohnung war offen und man hörte deutlich, wie drinnen Anna Filipowna, Migujevs Frau, den Tisch zum Abendessen deckte. Im Hof, gleich hinterm Tor, klimperte der Hausknecht Jermolai auf seiner Balalaika. Das Kind brauchte nur aufzuwachen und zu schreien, und das Geheimnis wäre verraten. Migujev empfand einen unüberwindlichen Drang zur Eile. Schnell, schnell, murmelte er. Den Augenblick, solange es niemand sieht. Ich trage es irgendwo hin und tue es auf eine Treppe. Migujev nahm das Bündel unter den Arm und ging langsamen Schrittes, um nicht aufzufallen, die Straße entlang. Eine verdammt unangenehme Lage, dachte er. Ein möglichst gleichgültiges Aussehen annehmend. Ein Kollegienassessor geht mit einem Kind auf dem Arm durch die Straßen. Mein Gott, wenn mich jemand erblickt und das Ganze errät, bin ich verloren. Hier auf die Veranda tue ich es hin. Nein, halt, hier sind die Fenster offen. Und es sieht vielleicht jemand. Wohin dann? Ah, ich bringe es zur Villa des Kaufmanns Mielkin. Der ist reich und gutmütig. Vielleicht macht ihm das sogar Freude und er behält das Kind und zieht es auf. Und Migujev beschloss, das Kind jedenfalls zum Mielkin zu tragen, obgleich dessen Wohnung sich in einer der äußersten Straßen befand, hart am Fluss. Wenn es nur nicht anfängt zu schreien oder herausfällt, dachte der Kollegienassessor. Ja, das kann man wohl sagen. Gott gibt's den Seinen im Schlaf. Da trage ich jetzt einen lebendigen Menschen wie ein Portefeuil unterm Arm. Ein lebendiger Mensch mit Seele, Gefühl, wie alle. Wenn zum Beispiel Mielkins das Kind aufziehen wollten, so würde aus ihm vielleicht so ein, vielleicht wäre das ihm so ein Professor oder Feldherr oder Schriftsteller. Was passiert nicht heutzutage? Jetzt trage ich's unterm Arm wie ein Lumpenbündel, und nach dreißig bis vierzig Jahren werde ich vor ihm vielleicht stramm stehen müssen. Als Migujev durch ein enges, ödes Gässchen längs den endlosen Zäunen im dunklen Schatten der Linden daherging, erschien es ihm plötzlich, als täte er etwas Grausames und Verbrecherisches. Wie gemein ist es doch eigentlich, dachte er. So gemein, dass man etwas Scheußlicheres sich nicht ausdenken kann. Wozu schmeißen wir so einen unglücklichen Säugling von einer Treppe auf die andere? Ist er denn an seiner Geburt schuld? Und was hat er uns Böses getan? Schufte sind wir. Wir amüsieren uns, und die Kinder müssen es ausbaden. Man braucht sich da nur hineinzudenken. Ich habe die Schweinerei gemacht, und das Kindlein wird dafür sein ganzes Leben lang büßen müssen. Ich tue es also zu Mielkins hin. Mielkins schicken es ins Findelhaus, wo alles fremd und statutenmäßig ist. Keine Liebe, keine Zärtlichkeit, keine Hätschelei. Später gibt man es zu einem Schuster in die Leere. Saufen und Fluchen lernt es, wird Hunger leiden. Zu einem Schuster. Den Sohn eines Kollegienassessors von adligem Blute? Es ist doch mein Fleisch und Blut. Migujev trat aus dem Schatten der Bäume auf den Mondschein übergossenen Weg und schaute, das Bündel öffnend, den Säugling an. Er schläft, flüstert er. So ein Kerl. Eine Adlernase hat er ganz wie der Vater. Er schläft und ahnt nicht, dass sein Vater auf ihn schaut. Ja, ein Drama, mein Bester. Ja, was ist da zu machen, mein Bester, verzeih. Verzeih. Es ist nun mal dein Schicksal, so. Der Kollegienassessor blinzelte mit den Augen und fühlte, wie ihm etwas die Wangen netzte. Er wickelte das Kind ein, nahm es unter den Arm und ging weiter. Den ganzen Weg bis zur Villa Mielkin beschäftigten seinen Kopf soziale Fragen, während ihm das Gewissen die Brust beengte. Wenn ich ein ordentlicher, ehrlicher Mensch wäre, dachte er, würde ich auf alles das spucken, mit dem Kindchen zu Anna Filipowna gehen, mich vor ihr auf die Knie werfen und sprechen, vergib mir, ich habe gesündigt, peinige mich, aber das unschuldige Kind wollen wir nicht verstoßen. Selbst haben wir keine Kinder, ziehen wir es auf. Sie ist ein braves Frauenzimmer und würde schon darauf eingehen. Und mein Kind wäre dann bei seinem Vater. Er näherte sich der Villa Mielkin und blieb unschlüssig stehen. Er stellte sich vor, wie er bei sich im Wohnzimmer sitzen und die Zeitung lesen werde, während um ihn herum ein Knäblein mit einer Adlernase sich zu schaffen macht und mit den Quasten seines Schlafrocks spielt. Zugleich aber drängten sich seiner Fantasie die schmunzelnden Kollegen und die ihm auf den Bauch klopfende Exzellenz auf. In der Seele aber saß ihm neben dem peinigenden Gewissen etwas Warmes und Zartes und Trübes. Der Kollegienassessor legte den Säugling behutsam auf eine Stufe der Terrasse und machte eine abwehrende Handbewegung. Auf seinem Gesicht fühlte er wieder etwas Feuchtes. Verzeih mir, mein Bester. Mir altem Schuft murmelte er. Verzeih. Er tat einen Schritt zurück, räusperte sich aber sogleich entschlossen und sagte, Na, hol's der Kuckuck. Ich spuke auf alles. Lass die Leute reden, was sie wollen. Ich nehme es doch. Migujev nahm den Säugling und ging schnell zurück. Lass sie reden, was sie wollen, dachte er. Ich werfe mich sogleich auf die Knie und sage, Anna Filipowna. Sie ist ja gut und wird es begreifen. Und wir werden es erziehen. Ist ein Knabe, so nennen wir ihn Wladimir. Ist sein Mädchen. Dann Anna. So wird man doch wenigstens im Alter einen Trost haben. Und er tat, wie er beschlossen. Weinend, vor Furcht und Scham vergehend, voll Hoffnung und einem undefinierbaren Entzücken, trat er in seine Wohnung, ging zu seiner Frau und warf sich vor ihr auf die Knie. Anna Filipowna, sagte er aufschluchzend und ihr das Kind vor die Füße legend, geh nicht mit mir ins Gericht. Ich habe gesündigt. Das hier ist mein Kind. Du entsinnst dich der Anja also. Der Böse hat uns verführt. Und sinnlos vor Scham und Furcht, ohne eine Antwort zu erwarten, sprang er auf und stürzte hinaus in die freie Luft, wie einer, den man eben gezüchtigt hatte. Ich bleibe hier draußen, bis sie mich ruft, dachte er, dass sie zu sich kommt und sich entschließt. Der Hausknecht Jermolai ging mit der Balalaika an ihm vorbei, sah ihn an und zuckte die Achseln. Nach einer Minute ging er wieder vorbei und zuckte die Achseln. Ist das eine Geschichte, murmelte er lächelnd. Da war eben, euer Gnaden, hier ein Frauenzimmer, die Wäscherin Aksinia. So ein dummes Huhn legt hier an der Straße ihr Kind auf die Veranda hin und während sie bei mir drinnen sitzt, hat jemand das Kind genommen und weggebracht. Ist das eine Geschichte? Was? Was sagst du? Brüllte aus voller Kehle Migujev. Jermolai, der den Zorn des Herrn auf seine Art deutete, kratzte sich im Nacken und seufzte. Verzeihung, Semyon Erastowitsch, sagte er, aber jetzt, um diese Zeit in der Sommerfrische, geht es nicht ohne, ohne Frauenzimmer, das heißt. Und er warf einen Blick auf das Staunen und verhaltene Wut ausdrückende Gesicht des Herrn, räusperte sich und fuhr fort. Das ist natürlich unschicklich, aber was soll man machen? Euer Gnaden haben zwar verboten, fremde Weiber in den Hof zu lassen, aber wenn man keine eigenen hat? Früher, als die Anja da war, ließ ich keine Fremden herein, natürlich, weil man die hatte, aber jetzt, wo nichts da ist, kann man schon ohne andere Frauenzimmer nicht auskommen. Als die Anja da war, kam natürlich so etwas Unpassendes nicht vor, weil man die Anja selbst... Pack dich zum Teufel, du Luder, brüllte ihn Migujev an, stampfte mit den Füßen und ging zurück ins Zimmer. Anna Filipovna saß noch auf der alten Stelle, erstaunt und empört, und warnte ihre verweinten Augen nicht vom Säugling. Nun... Nun... stammelte der bleiche Migujev, den Mund zu einem lächelnd verzerrend. Ich habe ja nur Spaß gemacht. Das ist ja gar nicht meins. Es gehört der Wäscherin Axinia. Ich spaßte ja nur... Bring es zum Hausknecht!